Mancherorts sorgt der offenkundige Mangel an freiwilligen Feuerwehren schon dafür, dass ein Feuerwehreinsatz für die Brandbekämpfer selbst wie auch für die Bürger zur Gratwanderung zwischen Leben und Tod wird. Gerade deshalb ist es sehr wichtig, dass besonders die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt gefördert werden. Darum nahm die NPD-Fraktion das Heft des Handelns in die Hand. Mit einem Flugblatt, Patient freiwillige Feuerwehr, Rettern unter die Arme greifen und einem Schreiben des NPD-Fraktionsvorsitzenden Udo Pasteurs verschickten Mitarbeiter und Abgeordnete über 600 Briefe an die Wehren im Land. Damit wurden diese über die Ziele und Forderungen der NPD-Fraktion aufgeklärt und ihnen Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Denn wir setzen uns unter anderem dafür ein, dass alle Wehren im Land eine gleichteilige finanzielle Förderung erhalten und die Leuchtturmpolitik bei wenigen besser gestellten Standorten beendet wird. Des Weiteren fordern wir, dass den Gemeinden als Träger der Wehren Einnahmen aus anderen Steuerquellen zugebilligt werden. Schließlich ist die Feuerwehr auch bei Verkehrsunfällen und Schwerlasthaverinen im Einsatz. Das Flugblatt sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer Netzseite sowie hinter diesem QR-Code. Untertitelung des ZDF für funk, 2017